Seid gegrüßt, meine Schäfchen, meine Gefolgschaften, meine Kinder Gottes. Ich habe heute wieder ein wundervolles Wort Gottes aus seiner Heiligen Schrift für euch. Und für heute und zum Sonntag. Und in Matthäus 19, in den Versen 27 bis 30 steht geschrieben. Da antwortete Petrus und sprach zu ihm. Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür zu teilen? Jesus aber sprach zu ihm. Wahrlich, ich sage euch, wir, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet bei der Wiedergeburt. Wenn der Menschensohn sitzen wird auf dem Thron seiner Herrlichkeit. Aufsitzen auf zwölf Thron. Und richten die zwölf Stämme. Und wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlässt, und meines Namens Willen, der wird's hundertfach empfangen und das ewige Meer ererben. Aber viele, die die Ersten sind, werden die Letzten und die Letzten werden die Ersten sein. Meine Schäfchen, meine Gefolgschaft und meine Kinder Gottes. Das war auch heute wieder ein wundervolles Wort Gottes. Jesus aus seiner Heiligen Schrift für euch und für heute und zum Sonntag. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.